Ja, mein Name ist Ernst Weierle, bin im Exportvertrieb in Magdoberdorf beschäftigt und für die Region Süd verantwortlich. Also Süd heißt von Österreich bis Griechenland und ganz kurz ein paar Sätze zu diesem goldenen Vario. Das ist der hunderttausendste und gleichzeitig natürlich ein neues Produkt, sehr interessantes Produkt. Aus dem Grund hat man bei Fendt entschieden, dieses Produkt in dieser Sonderlackierung zu präsentieren. Auch natürlich einmal um den hunderttausendsten Ausdruck zu verleihen und um hier natürlich auch den neuen 200er besonders ins Rampenlicht zu rücken. Die 200er Serie, stufenloses Getriebe, geht von 70 bis 110 PS und wie gesagt, ein neues Produkt vom Einsatz her gedacht als kompakten, leichten Grünlandtraktor, Pflegetraktor für die kleinen und mittelständischen Betriebe. Vor allen Dingen im süddeutschen Raum, im Alpenraum, sprich Österreich, Schweiz und die Nachbarländer in diesem Bereich. Dankeschön.